Hallo, meine Mutter hat mich gefragt, warum 1&1 zur Schweineteuersten und der Service so schlecht ist. Das ist ganz einfach, wir arbeiten seit Jahren mit der russischen Mafia zusammen. Die Router zum Beispiel sind alles billige Plagiate aus China. Und wenn sie zu 1&1 wechseln, bekommen sie zu ihrem neuen Router gleich ihre erste Mahnung. Dann das alte Router raus, neues rein, Code angeben und mit ganz viel Glück haben sie im Internet. Aber nur bis zur ersten Fehlermeldung. Und ich, Grimsebacke, lache dann über eure rütenen E-Mails. 1&1.de 1&2. 1&2.